Hallo und herzlich Willkommen zurück bei GTA Online bei einem neuen Missionchen, der Name ist Jump the Lake. Jump, Jump the Lake, yo. B-B-B-B-Bitches. Genau. Oh, und es geht los. Kann ich nur mal einen Raum werfen, sorry. Hallo? Heidi ist noch nicht bereit, aber egal, wir starten trotzdem. Das ganze Ding... Heidi ist noch nicht bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit und bereit. Ich hoffe, ich hoffe, das ganze Ding ist als Deathmatch aufgezogen. Wir müssen aber eigentlich, ich glaube, irgendwie irgendwelche Fahrzeuge oder irgendwas schnappen und dann fahren. Man sieht ja bereits unser Team und wir müssen versuchen, da hinten über diese Dinger zu kommen. Jetzt hoffe ich, dass natürlich alle auch so reagieren, dass wir nicht nur geschlossen werden. Oh, geil, geil, Motorräder hier. Es geht nämlich eigentlich darum, hier auf die andere Seite zu zücken. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier so rumzufahren. So. Du kannst natürlich nicht die optimalen, nee, warte mal, nicht das erste Moppet schnappen, sondern lieber eins auf der Straße, Freunde. So, 616 ist schon untergegangen. Boah, ich komm jetzt hier nicht durch. Warte, warte, ich fahr mal ein bisschen zurück. Das sind zu viele Leute. Das sind einfach zu viele Leute, das ist ein bisschen blöd. Oh, oh. Mini! Das war nicht geplant. Natürlich wieder mit geschlossener Lobby, was immens viel bringt. Ron, du musst die, die, die Lobby... Oh! Dennis! Die ist die Lobby! Dennis, ich beschneide deinen... Oh, Blüppel. Genau. Pen, 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 Pen. Besonders wenn wir mit dem Fahrzeug hier hochkommen, Freunde. Ey Leute, es ist viel zu viele. Das sind zu viele Leute einfach, das kriegen wir niemals hin. Also wenn ich das hier so sehe, was... Das sind zu 16 Leute teilweise. Frisch, Alter, Frisch, voll gegen geklatscht, Alter. Danke für deinen Motorrad. Du kleiner Pisser! Ja! Ja! Ich hab's... Nein! Oh, fast! Nein! Alter, was war das denn? Also, jump, jump, hier lang, ne? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Wer fährt denn richtig gut Motorrad hier? Das bin dann wohl ich. Das kann aber gar nicht funktionieren, weil das Problem ist, dass wir zu viele sind. Oh, oh, oh! Ah! Fast! Das bin wohl ich. Ja, mein Kollege. Das bin wohl ich. Ja, ich wurde gerade vom Schicksal abgedrängt. Ups. Entschuldigung, Curry. Eigentlich Dawid oder so. Der kann doch bestimmt super Motorrad fahren. Ja, aber das ist hier echt schwer, weil du musst ja echt auch mit diesem Ding ins... Mit dem Wheel erstmal drauf. Genau. Ah! Ey, Dawid, du Arsch! Ich spring rauf. Ich sag noch ganz nett über den Dawid. Juhu! Alter, geil. Geile Aussicht von dir aus. Bring drauf, Tobi, Baby. Da, wo kommt der mit... Ey, Lasergurke ist auch da. Wo kommt eine Reshi mit dem Heli her, du Übertreiberin? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie... Nein! Alter, Alex! Nein, nein, nein! Ich glaub der Alex will einfach nicht mehr mitspielen. Oh. 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 Ich glaube das war's. Nein! Der fährt doch locker noch, oder? Ne, der fährt nicht mehr. Tatsächlich, ich kann nicht mehr. Oh du Loser, ich gehe. Scheiße ey, die Mädels wollen heute nicht mehr leicht zu... Ich geh zu Harry. Das ist beeindruckend. Das Problem ist, uns gehen auch die Bikes sehr schnell aus, ne? Hab ich das Gefühl. Oh, Pandoria, sehr geil. Hä? Warum bleibt man da an der Ecke hängen? Tschüss, tschüss, tschüss. Du wolltest nicht mit mir fahren, hab ich gehört, ne? Wollt ihr nicht mit mir, hab ich gehört. So munkelt man. Nein! Boah! Nein! Keine Motorräder mehr. Alter! Das ist echt super. Geil, da ist noch ein Motorrad. Weil wenn man sich einmal verlinkt, ist halt alles vorbei. Wo sind denn noch Motorräder? So. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich wollte bremsen eigentlich. Alter, wie es hier aussieht. Ich wollte gerade noch bremsen. Alter! Alter, hier ist voll der Müll. Voll der Müllsee. Wie geil das aussieht. Wir haben jetzt schon alle mega peinlich ins Spiel gemacht. Alter, geil. Und wie sich alle prügeln um das letzte Motorrad. Ist ein Traum einfach da hinten. Alter. Oh Mann, oh Mann. Die gibt's zumindest hier den Kopf. Aua! Alter, Lasergurke! Ach krass, die hat Lasergurken. Alter, das nervt nicht im Laser, ne? Der nervt nur der Junge. Der nervt einfach nur der Junge. Sorry, aber ganz ehrlich. Pandoria, der rafft doch, dass das hier so ein Teamding ist. Das muss man doch irgendwie mitkriegen. Ich fahr'n flieg' mal grad die Strecke ab, damit man das überhaupt sieht. Hier, viele Jumps, das schaffen wir nie, 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 nie. Oh, Reshi! Alter! Und nie, und nie. Ich weiß nicht, wie viele Dinger das sind, aber es sind 20, 25 Jump-Teile, also Sprungchancen. Das war's wohl, ne? Wir haben keine Tour mehr da mehr. Das ist ja geil. Ich überleg' auch, ob man hier vorne was organisieren kann. Nicht mal vier Minuten geworben. Immerhin. Lasergurken nein. Aber ein lustiger Fail-Challenge, das muss man sagen. Wir bräuchten jetzt einen Cargo-Bob und müssten die alle aus dem Wasser ziehen, die Motorräder. Könnte man das machen? Oh, ich hab' noch Öl-Auszeichnung Höhen-Croller bekommen. Ich glaub' das wird nicht funktionieren. Das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Überleg' gerade, ihr fahr'n auch keine Zivilisten lang. Also entweder ist das so'n paar, aber Motorräder? Weiß ich nicht. Boah, mit dem Auto? Ob das um eine Karre geht, was meint ihr? Boah, der scheiß Team-Speak ist wieder am Rödel, ne? Oh, sorry, ich hatte gesagt, ob das auch mit einer Karre geht. Was meint ihr? Kommst aber, glaub' ich, nicht hoch, oder? Ich probier's mal aus. Warte mal. Deine Karre lässt sich natürlich auch besser steuern. Da hast du recht, Junge, da hast du recht, immer. Mein knallenges Lederhöschen. Aber verlässt man das nicht. Du hast gerade gesagt, ich und mein knallenges Lederhöschen. Lederhöschen, ich hab' hier so'n Lederhöschen im Spiel an, wenn ich aus dem Wasser komme. Oh ja, zieh mir mehr. Das bringt meine Bäckchen zur Geltung. Oh Gott. Hat der Walle wieder Herzchen in den Augen. Der Omi-Liebe-Unterhose. Wie bei der Omi-Liebe-Unterhose auf dem LPDXXL Event, ne? Die war super. Die war echt geil. So, ja, also ohne Motorräder ist das Ganze ein bisschen low, ne? Man kann die Motorräder aber, man kann die Motorräder aus dem Wasser versuchen zu fischen, indem man dagegen schwimmt. Hab' ich probiert, aber ging irgendwie nicht bei mir. Und dann war ich schon fast am Auftrinken. Von der anderen Seite kommst du ja nicht hin, weil da keine Sprungdinger sind. Da müsste ich mit dem Cargobob, die sind ja in die andere Richtung. Das wird nix. Schade. Wir sind vielleicht auch einfach zu viele für die Mission. Die ist zwar für bis zu 16 Spiele, aber das Problem ist einfach, bei 16 Spielern... Dass wir keine Mopeds haben unendlich. Und bei 16 Spielern sind die Motorräder auch super schnell weg einfach, genau. Die müssten dann einfach noch wieder spawnen oder so. Alter! Was denn? Was los? Was macht ihr da? Ey, ohne Cargobob wird das echt schwer, die Mission zu lösen. Äh, Benni, bist du noch im Helikopter unterwegs? Weißt du, was ich die ganze Zeit mache? Das nimmst bestimmt nicht du, oder? Schade. Ich will den drauf. Warte, du bist im Helikopter! Ja. Oh. Alter! Da bin ich, Jungs. Da bin ich. Ja, okay. Kannst du was los irgendwo? Also, ich bin... Und Cargobob... Warte, ich bin doch... Warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal, ich bin doch mal. Ich bin doch mal. Warte mal, ich bin doch mal. Warte mal. Oh nein! Nicht das Auto! Curry, was machst du? Ey, wohnt Rishi denn das Motorrad her? Weiß ich nicht. Ich schon mal irgendwo gefunden. Hä, wieso spawn ich denn hier oben? Ist das ein silbernes Motorrad? Nee. Ach, vielleicht vom Mechaniker, nee. Ach, der Laser-Gurke stirbt nicht, wenn der Rotor kommt? Alter Laser-Gurke. Sekunde, mein Akku ist leer. Haha, wie geil. Muss mal ganz kurz den Akku wechseln. Scheiße, Mann, ey, ist immer der Akku leer. Yeah! Alter Laser-Gurke, das kann doch nicht sein, dass du dreimal in Rotor springst und nicht stirbst, oder? Wenn jeder andere stirbt. Das ist aber verdächtig. Nicht mich rauswerfen jetzt Heidi hier. Ja, den wollte ich doch gar nicht machen. Warte, Benni, Benni, warte, gleichzeitig. Warte, Benni, Benni, Benni. Boah, das sieht echt supergeil. Tobi! Warte auf mich! Tobi! Wo bist du denn? Wühl, ich komme! Eins! Ich komme aus dem Busch gesprungen, wie immer, vor der Raustür. Das ist so! Jo! Geil! Wo ist die Karre? Die stand da hinten gerade irgendwo. Geil! Rotor kaputt. Weil Laser-Gurke 100 Meil da reingejumpt ist. Wo bist du denn, Tobi? Geil! Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm! Ja, 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 ja! Oh! Ich komm mit, ich komm mit, ich spring obendrauf, während wir dann rüber springen. Wir müssen erstmal drauf kommen, das ist echt schwer. Ja, das geht mit dem Auto gar nicht. Alter, was war das? Laser-Gurke, Alter! Oh, ist der behindert? Alter, jetzt reicht's, Alter. Langsam, ist wirklich doof. Schmeißen halt aus der Crew, ey, ganz ehrlich. Wenn man nicht Teamfinish ist, ist man im Team nichts verloren. Oh, 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 oh! Ja, ja, ja! Geil, 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 geil. Vorsicht, seid zärtlich Tobi. Tobi, seid zärtlich und nimm Anlauf, nimm Anlauf. Nein, warte noch Tobi, ich will das auch sehen. Ach so, okay. Oder mach, ey, weil draufspielen geht gar nicht. Reshi hat grad ein Motorrad aus dem Fluten gezogen. So, Pandoria mit den Hochhackigen, das gibt Kratzer im Lack. Ich kletter drauf, ich kletter drauf. Nein, Saratz, ständig hin, das bringt ja nichts drauf stellen. Ich bin echt Jumpy sogar den ganzen Weg mit, Surfing USA und so hier. Ne, du fällst direkt am Anfang runter. Okay, los geht's, auf geht's. Ja, ja, nein, nein, schade. Alter, Dudu. Ich bin über die erste Rampen gekommen. Alter, steig mal aus, Junge. Boah, Dawid, da hab ich große, große, nein. Was ist das für... Dawid, da könnt ihr das schaffen. Dawid, Dawid ist drüben. Pam, weg. Oh, der hat jetzt weit die geschafft, Alter. Wer fährt denn hier? Nee, Lasergurke, wir machen kein PvP hier. Er hat's falsch verstanden, aber ich find's auch blöd, wenn du diesen Hack... Das kann man gar nicht, das geht gar nicht. Sorry, Alter, das find ich echt blöd. Das ist mega low, Alter, mit dem Hack auch noch Leute angreifen. Sorry, das ist so lame. Das ist in meiner Mutter peinlich. Warte, Walle und Tobi und so weiter, wir sind hier aufm... Wir haben ein Auto, ihr könnt einsteigen. Geil, guck mal, der Curry hat ein Motorrad. Da guck ich mal ganz kurz. Auf der Rampe, ich komme, Alter. Ich guck mir das von hier an, ihr schafft das eh nicht. Was? Rein hier, Jungs, rein hier. Komm, komm, rein hier. Oh, fast geschafft, schade. Und Helikopter versenken? Da willst du dich auch angucken. Na, warte, ich guck... Alter, Lasergurke, lass doch die Scheiße, Mann. Boah. Jetzt wird's langsam eigentlich doof. Okay, rein hier. Ja, Benni fährt jetzt einfach... Tür auf, da zu. Boah, das wechseln ich. Ja, der Gong auch noch rein hier in die Kiste. Nee, nee, alles gut. Ich guck mir das von hier an. Okay, Walle, Vollgas. Ich bin da. Ich fahr nicht, der Benni fährt. Ihr schafft es! Nein, nein! Oh! Fast! Immerhin waren wir noch auf der zweiten Rampe. Boah, wie viele Mopeds hier liegen, Alter. Ist ja unglaublich. Ey, können wir die Mission einfach neu starten nochmal? Ich blitzsch im Wasser fest. Ich weiß das gar nicht. Ich glaub, von hier aus geht das gar nicht. Aber du stirbst doch eh gleich dann. Ja, aber ich meinte generell, dass wir weniger Leute mit dem Motorräder sind. Sonst ist ja echt blöd. Das passiert ja nichts mehr. Da müssen wir jetzt raus aus der Mission und nochmal neu starten komplett. Ja, sonst passiert ja sonst nichts mehr. Was? Wir haben nur Autos hier am Start und so. Sei mal nicht so negativ. Dennis! Wo ist denn dein... Wo ist dein Spirit hin? Okay, dann jump ich mal hier bei der Pandoya rein mit ihrem supergeilten Pilzer. Oh, warte mal. Wer hat denn hier... Ach, geil. Komm rein da, Tobi. Was denn war denn das jetzt? War das 616? Das war 616. Der hat mir grad ein Motorrad gebracht. Wir schwebten da durch die Map. Da schwebt jemand durch die Map. Vielleicht ein Helikopter? Hä? Alter, was ist denn da los? Wir schwebten da durch die Map und wer fliegt jetzt hier lang? Der hat mich umgefahren. Hä? Wie denn das? Was? Wie? Auf der Rampe. Ich stand auf der Rampe. Nein! Juhu! Hat ja super geklappt. Also irgendwie wirkt das alles ein bisschen unkoscher. Alter. Fuck ey. Achso, die Rampe ist da hinten. Ich bin jetzt ein zu früh hier. Ich glaube, hier gibt's keine Fahrzeuge mehr weit und breit. Dennis, nein! Dennis? Der will auch! Alter! Alter! Ich will dich den vorne hinstellen. Ihr müsst mich wegklatschen. Spring rüber, komm! Das schaffst du, Alter! Ja, warte, warte, warte! Ich muss Anlauf nehmen und dann... Nee, wenn ihr den vorne wegklatscht, verlieren die zu viel Speed, Alter! Stell dich da nicht hin. Ich versuch das mal mit dem Wheelie gleich. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich nicht hinten drauf bin. Nee, auf jeden Fall ein Wheelie, dann kippst du hinten über. Gönn dir! Deine Chance, Gronkh! Gönn dir, gönn dir! Führgönn dir! Jaaa! Jaaa! Jawohl! Jaaa! 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 Fucket! Zwei haben geschafft! Ja! Wuhuhu! Bei Rampen von 20, juhu! Ja, geil, immerhin! Was liegt denn da? Ach, ein Helikopter, ein Toter. Voll geil hier unten unter Wasser. Oh, ich sterbe grad. Schade, ich hatte grad echt Hoffnung, du ziehst es durch, Alter. Boah, das wär so geil gewesen, aber das ist echt schwer. Ja, echt. Das ist mega, mega, mega Degaschwer. Vor allem darfst du gar nicht lenken. Wer fliegt denn da? Hä? Wer fliegt denn da jetzt mit dem Motorrad, Alex? Wieso fliegen die denn immer mit ihren Kisten? Heide drauf! Super! Kann ich fahren! Hä? Oh. Wie das rumglitscht. Warte mal. Da ist doch irgendwie ein bisschen der Wurm drin, oder? Wer hat denn die Karriere jetzt? Wie er mich nicht drauflässt, Alter. Wie er mich nicht drauflässt. Lass mich da jetzt mal kurz drauf machen. Also probiert mich Laserguck hier wieder umzauern. Vielleicht ist die Karriere versenkt. Hey, die Alchemisten! Geil! Du bist ja dann jetzt unter dem Profi, Alter. Der Wheelie, Alter. Der Wheelie-King. Ich war früher mal bei so einem Zirkus, wisst ihr? Hast du die Karriere gerade einmal versenkt, oder was? Ne, ne, ne. Ah, gut. Da füllt gerade ein Auto durch die Luft. Okay, jetzt sind wir da auch. Ah, okay, geil. So, jetzt, 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 jetzt. Ready to rumble. Erstmal zurück, alles safe. Ja, genau so viel Abstand, wie es geht. Danke, danke, ihr Lasergurken, dass wir dieses Auto hier benutzen dürfen. Hat er wieder was gut gemacht? Trotzdem finde ich das mit dem Cheaten doof. Na klar. Okay, bist du bereit? Okay, drei, zwei, eins. Hey Mann, man muss die Sicherheit, geht vor. Go! Yo! Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Wie geil! Warte, ich komm nochmal drauf. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist diese typische Backkante da. Weißt du, die gibt's auch bei dem Flughafen. Ja, ja , ja. Was ist denn hier auf einmal los? Ja, was ist hier auf einmal los? Vor das Parkhaus, geil! Geht doch mal bitte da runter! Nein, nicht drängeln gegenseitig, nicht drängeln! Nicht drängeln! Regie, Regie. Regie, Regie. Regie ist super. Aber das ist ja ... Die ist eigentlich nett, die Regie ist. Na, Regie ist super. Es ist super. Ja, ja, Regie, macht das schon. Ääh. Was macht die da? Ich hab versucht, das da wegzukriegen. Oh. Okay, sag als A. Noch mal? Die Jungs machen muss Platz, die Jungs machen nicht Platz. Ach, schade, ich glaube die Kiste ist weg. Okay, wir probieren es nochmal. Ey, du darfst nicht lenken richtig, Dennis. Du musst aber ein Wheelie machen. Boah, ich... Okay, alter, alter, ja, 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 ja. Ja, nein! Daneben, daneben, daneben. Oh, geil, hier ist schon wieder eine Karre. Boah, ist so ein Geschwärter, ey. Das ist ja super. Oh, hängt fest. Benni, komm schon! Okay, komm, Tobi! Benni! Benni, Tobi! Bobi! Da ist mal ein Wheelie da drauf. Ja, warte, ich warte noch, bis die runter sind. Alter, ihr habt so'n Affenzahn drauf, mit dem Volvo. Oh nein, der hat jetzt auch noch alles versperrt. Scheiße! Kann man jemand anschieben, bitte? Ja, komm, Tobi, komm schon! Ja, geil, super! Doch, 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 ist okay. Wie viele Autos hier schon liegen. Boah, ihr habt zwei Mopeds, cool. Geil! Die Pandoria holt ihr die ganze Zeit Mopeds, glaub ich. Danke, Pandoria, echt cool. Das ist ja super. Dennis, komm, wir prübeln uns unter Wasser. Ja, geil! Wer war das? Gleich, guck mal, wie die Autos da rammeln, Mann. Alter, ihr glitcht bei mir durch die Luft. Sieht so geil aus, wenn du an den zu hohen Kanten hoffnest. Genau das ist hier das hier. Warte... Das ist ja schlecht. So jetzt, okay, jetzt nochmal. Warte, 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 ich mach erstmal gerade. Den Abstand, glaub ich. Warte, ich stell mich mal, ich fahr nach euch. Achso, okay, okay, warte. Okay. Drei, drei, eins, go! Ja, für Shotgun! Jau, erster! Zweiter! Oh, Alter! Nein! Alter, die sind echt fies, die sind echt mega fies. Die zweite ist echt fies. Ne, die dritte vor allen Dingen, oder die zweite ist verzogen. Eine von denen ist irgendwie... Musst du den Wheelie überhaupt machen? Nicht immer, oder? Ja, doch, du musst den Wheelie machen, um genug Speed zu kriegen. Das geht nicht anders. Walle, bei der zweiten musst du ein bisschen nach links. Genau, das ist wichtig. Boah, Alter, das ist ganz schön... Okay, ich warte auf euch, damit ihr gucken könnt, wie ich verkacke. Ja, warte, ich bin hier und guck mir das von hier aus Wasser an. Warte, 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 warte. Jetzt. Ich vertraue dir, dass du auf die zweite kommst. Okay, zah, 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 versuch das! Jau! Jau! Den Wheelie ist so krass gemanagt. Alter, ist das schlimm. Ah, wie krass, sah aber cool aus. Aber ich bin gut drüber gekommen. Ja, aber ich hab den Wheelie ein bisschen übertrieben. Scheiße. Genau, genau. Da musst du ein bisschen zurücklenken dann wieder. Ja, aber du darfst eigentlich gar nicht lenken, weil dann gerätst du darin nach rechts und links. Ne, hoch runter, ganz sanft, ganz sanft hoch runter. Mit viel Gefühl, mit viel Gefühl. Ganz sanft hoch und runter. Was? Hit! So, jetzt haben wir keine Fahrzeuge mehr hier. Okay. Stell dir einfach vor, Egal wie lange wir dieses versuchen, nie, nie, nie schaffen. Stell dir vor, der Gamestick wäre ein Ladyboy wie bei Heideltraut neulich, weißt du? Ganz sanft berühren. Einen kleinen Joystick oder was? Ganz klein bisschen Gas geben. So, Alter, wir haben hier echt alles versenkt. Komm her, komm! Ist voll... Wir haben echt alles versenkt. Alter, geh weg von meinem Stick. Boah, 616. 616 hat nur wat? Egal. Boah. Da können wir alle in die Ladefläche hin. Das kommt nice. Aua. Das ist keine Haftbombe, aber ich würde den gerne in die Luft springen. Nein! Den sinkst du nicht. Oh. Oh doch, genau den. Ach so, ach ja, der Tobi hat da ja ne Wenkdetter auf. Was war das denn? Okay, bring ihn um. Bring ihn um. Was war das denn jetzt? Tschööö. Obwohl wir auch wieder geilen Scheiß drin hatten. Niederlagenserie, klar, bei diesem Match natürlich sehr sinnvoll. Ja gut, das kriegst du aber ganz ehrlich mit den Rampen. Da musst du echt... Vielleicht sollten wir mal joggen einfach über die Sprungschanze. Hieronimo! Warte. Oh. Richard wird ein Auto. Das klappt gut. Richard wird ein Auto. Und Padouja hat ein Motorrad. Unter dem Meer. Ey, wer glitscht denn da wieder rum dahinten? Kann ich sagen, dass die Karte vielleicht buggy ist oder wat? Alter. Komm bei die drauf. Ja, ich glaub die Karte ist buggy, weil Heideltrop bei mir grad fliegt mit dem Motorrad. Oh, ich wollt Reshi gar nicht raushauen. Der alte Cheater. Ah, sorry. Nee, Reshi, du fährst. Hier, sorry. Heidi und Padouja sind das glaub ich grad, die da fliegen, ne? Ja. Wer will fahren, wer will fahren? Ach nee, die fliegen gar nicht. Also bei mir fliegt der grad die ganze Zeit. Sieht voll lustig aus eigentlich. Mit dem Auto klappt das eh nicht. Und Daweed ist auch am flimmern die ganze Zeit. Ich glaub das einfach die Map ist buggy. Ja. Oh Daweed, Hammer. Alter Daweed. Ne mach du das. Mach du das, Alter. Du bist bestimmt drauf. Cool. Ach der, Daweed hat mir deine Karre gegeben, aber... Okay, dann warte ich auf den zweiten. Du kannst bei mir aufsteigen, Ron. Nee, nee, ich bin schon weit, weit weg. Nein. Dann schlägt der Tobi einfach auf. Ja, schläg auf, Baby. Ja komm, lass mal parallel losfahren. Oh, oh. Ja geil. Nee, parallel ist ungut. Warte, warte. Ich muss auch drehen. Rückwärts, komm. Ja geil, oder? Soll man probieren? Ja, geil. Richtig geil. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was für das so gerade? Was für das so gerade? Oh, Hilfe, du steckst in mir. Oh Gott, oh. Langsam hab ich Angst vor Tobi. Ich hab langsam Angst vor Tobi. Ich hab langsam Angst vor Tobi. Trimmt der mich als Ausrede, ey. Ich hab dich angeditcht, Alter. Ey. Was soll das? Reicht jetzt hier? Assi drauf. Ey, Alter. Oh, oh. Benni, Benni, nein. Ey, Alter. Ich stell mich vor die Kamera, damit's nicht stehen bleibt. Ey, Alter. Ich will hier überhaupt nichts. Ich will nur aufsteigen, wenn du mich da runterhaust. Aber wir haben nur 8 Sekunden. Oh, was machst du da für einen Scheiß? Hältst mich lieber mal nicht runterhauen sollen. Na, ob das was wird? Hm, dann spring ich nochmal so. Tschüss. Klopp. Oh, verloren. Oh, oh. Über Farah und Allee der einen Gegner. Na gut, aber es ging ja hier nicht ums Totschlagen. Es ging ja eigentlich darum, die Rampen zu bespringen. Ey, 6870 Dollar für nichts. Geil. Geil. Das ist ja wie Let's Plays aufnehmen. Geil. Das wiederholen war. Ne, aber war schon... Also macht mega Spaß, aber ist super schwer. Denken jetzt wirklich manche Leute. Den Mutz musst du schnell korrigieren. Ne, ach, das ist ja Blödsinn. Wer das noch glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Was? Ach, und die Cheater haben gleich mal 15.000 gekriegt, weil sie gewonnen haben. Super. Alles klar. Ach, naja, naja, weil der Alex hier abgegangen ist. Ich glaub, der wird ne Kohle haben. Kann das sein? 15.000? Ich weiß es gar nicht. Wiederholung. Jetzt nochmal, willst du, oder was? Ja, irgendwann mal, oder? Nächste Folge, oder? Nächste Folge, meinst du? Ja. Ja? Nee. Aber mit ne kürzeren Zeit vielleicht, oder? Nee, dann machen wir das. Gut, dann freier Modus. Dann machen wir's in der nächsten Folge nochmal. Genau, genau. Da suchen wir was anderes. Genau. Alle auf aktualisieren. Alle auf aktualisieren. Na gut, aktualisieren, das ist gut. Ja gut, liebe Freunde, das war's an. Tschüss. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Mit Ö. Hab auch mal viel gesehen, ne? War doch Sprungchancen-Action. Waren wir natürlich wieder die Besten auf der Welt. Natürlich die Besten, der Besten, der Besten, Sir. Also man muss sagen, wir haben's nicht unbedingt gerockt. Wir sind nicht sehr weit gekommen. Aber man muss echt sagen, das macht mega Spaß. Ist aber auch scheiße schwer, Alter. Mega krass. Aber dafür auch nicht diese Roto-Action. Wir hatten viel drinnen, wo ich wieder lachen musste. Hahaha. Alter, ich brauch trinken Schnaps jetzt. Tschüss. Blues. We sc Pot